Ich möchte in diesem Video eine sehr gute Funkstrecke vorstellen von Lectrosonics. Wir haben hier den Lectro UCR 511 Empfänger und hier einen dazu passenden Sender. Schauen wir uns als erstes den Sender an. Man montiert hier einfach die Sendeantenne. Hier kann man ein Mikrofon anschließen oder auch ein Kabel. Es gibt extra Line-Input-Kabel und Mic-Input-Kabel für unterschiedliche Signalpegel. Hier kann man den Sender einschalten und hier hat man einen ganz normalen Regler für die Audio-Lautstärke, also zum Einpegeln. Und hier hat man sogar zwei LEDs, die den Pegel anzeigen. Beim Empfänger sieht es so aus. Auch hier kann man die Antennen montieren. Es gibt zwei, weil es ein Diversity-Empfänger ist. Hier hat man den XLR-Ausgang und hier könnte man zwei 9-Volt-Blöcke hineingeben für die Stromversorgung, für die Speisung. Ich mache das jetzt hier aber über eine externe Stromversorgung über ein Akkusystem. Man hat dann hier einen Schalter zum Ausschalten bzw. Einschalten. Was mir sehr gut gefällt an dieser Funkstrecke ist der Frequency-Scan-Modus. Man kann dabei mit dem eingebauten HF-Analyzer herausfinden, auf welchen Frequenzen gerade gefunkt wird bzw. welche frei sind und kann dementsprechend eine Frequenz auswählen. Hierzu drückt man einfach alle drei Knöpfe gleichzeitig. So, und jetzt beginnt das Gerät den gesamten Frequenzbereich zu scannen. Und wenn nicht gefunkt wird, dann wird hier auch nichts aufgezeichnet. Und wenn das Gerät auf einer Frequenz empfängt, dann wird hier so eine Linie gezeichnet. Diese Linie ist jetzt vermutlich von unserem Sender, der bereits eingeschaltet ist. Und so kann man das Ganze mehrmals durchlaufen lassen, bis man sieht, auf welchen Frequenzen eben gefunkt wird. Nach ein paar Durchläufen kann man das Ganze mit der Taste Menü abbrechen. Jetzt kann man den Cursor mit diesen beiden Tasten auf einen bestimmten Frequenzbereich einstellen. Klickt man erneut auf die Menü-Taste, so zoomt man sozusagen rein und hat jetzt hier eine vergrößerte Darstellung und kann eine Frequenz auswählen. Zum Beispiel nehmen wir jetzt die Frequenz mit der Kennung D8. Und wenn wir jetzt alle drei Tasten wieder gleichzeitig drücken, dann kommt man in dieses Menü und man kann jetzt wählen zwischen Use New und Use Old. Wenn ich diese Taste drücke, wird die eben ausgewählte Frequenz, also die 8 war das, verwendet. Und wenn ich die obere Taste drücke, dann wird nichts verändert. Ich behalte jetzt die alte Frequenz bei, denn ich möchte jetzt nichts verstellen, aber normalerweise würde man wählen Use New. Mein Receiver steht jetzt immer noch auf 6,8. Hätte ich den unteren Knopf gedrückt, so hätte sich der Receiver jetzt auf D8 gestellt. Dementsprechend müsste man jetzt auch den Sender auf D8 stellen. Hierzu macht man ihn einfach hier seitlich auf und man hat dann hier jetzt zwei Schrauben und kann mit dem Schraubenzieher einen auf D stellen und einen auf 8. Okay, vielleicht noch ein paar Worte zum Display. Wir haben hier ein P, das soll sagen, dass ein Pilotton empfangen wird. Hier hat man die Empfangsstärke. Hier würde man normalerweise den Audio Level sehen, da liegt jetzt aber gerade nichts an. Über diesem RX haben wir den Batteriestatus vom Receiver, vom Empfänger. In unserem Fall sieht man hier so einen Schuko Stecker, weil die externe Speisung verwendet wird. Und über TX haben wir den Batteriestatus vom Sender, vom Transceiver. Im Allgemeinen ist zu sagen, dass diese Funkstrecke sehr gut ist, sehr weit geht und sehr zuverlässig ist. Sie braucht aber sehr viel Batterie. Darum ist es empfehlenswert, den Empfänger mit einer externen Speisung zu versorgen und genügend 9 Volt Batterien mitzuhaben. Muslims Musik Musik Bis zum nächsten Mal.